Aber irgendwie aus dem Angezockt habe ich in Erinnerung, dass das ein Problem war, wenn die auf zwei verschiedenen Höhlen waren. Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil unseres Let's Plays EvoSpace. Ja, wir müssen gerade mal so ein bisschen Holz sammeln hier. Wir haben im Augenblick das Problem, dass wir zwar schon so ein bisschen was herstellen können, machen können, aber uns fehlt eigentlich ständig diese Energiequelle, Wärme. So, und im Augenblick sehe ich da noch keine andere Möglichkeit, als das herzustellen mit Holz. Desserts und Aluminium. So, und dann? So, ich werde ohne Holz. Vielen Dank. 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 Okay. 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 So, okay. Dann brennen, war doch mal, okay. 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 Tonziegel. So, der stellt Stahl her und der stellt erst mal Koks her. Na, da brauche ich aber noch ein bisschen was. Okay, das kann erstmal weg, Eisen kann weg und Holz kann auch weg. Das brauche ich im Augenblick erstmal nicht. So, ich kann auch noch ein bisschen was. Vielen Dank. So, kann man nicht schon mal so ein bisschen was herstellen in der Zwischenzeit, das ist nachher nicht so lange. So schön. So schön. Okay, die stellt er her. Ja. Ähm, das wird hergestellt und jetzt gehen wir bei. Und trocknen das schon mal. Nein, nicht das. Dann machen wir das doch mal anders. Okay. Okay. Hat er die jetzt tatsächlich zu Stein gemacht hier? Das wäre natürlich nicht so schön. Okay. Okay. Gut. Das heißt, jetzt können wir es bauen und zwar den Koksofen. Oh, Kohle in Koks umwandeln. Okay. 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 so basalt cola so und jetzt können wir nämlich ein flüssigkeitsarm ofen bauen und brauchen auch noch mal ein rohr so so gut jetzt müssen wir mal ein bisschen abreißen hier okay kann das auch weg so 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 das heißt ich sollte den einen weiter nach hinten sitzen dein das geht da hin das kommt hier hin so 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 gut so falsch rum so 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 wie viele brauche ich brauche auf jeden fall eine kiste und ein roboter arm so das heißt jetzt brauchen wir noch zwei förderbänder wounts bock wo sind sie haben wir noch welche nein 12 ok ok das heißt wir können jetzt hier eisen reinpacken wir können jetzt hier nein nicht koks kohle netzter kohle reinpacken so und dieses kohle fluid ist so was ähnliches wie öl ist aber halt ein abfallprodukt und damit können wir dieses ding heizen hier wo dann im endeffekt eisen produziert wird wärme ist noch keiner da eisenherz ist auch noch nicht da ok so das kann da rein kupfer bitteschön haben wir hier kupfererz 0 haben wir nicht ja steam fluid das ist sowas wie wasserdampf so was ich jetzt haben möchte ist mal ein bisschen eisenherz limestone kupfererz irgendwo hatten wir ja schon mal so ein bisschen was gefunden aluminium erz ein kleiner stein basalt hmm bock was auch das immer das sein mag ist natürlich jetzt gerade wird es jetzt dunkel kohle kohle ist gut weil die brauchen war so richtige kohle ja wie gesagt schade dass wir das noch nicht automatisch abbauen können vielleicht geht es ja sogar schon ich weiß es noch nicht wenn das so ist schreibt es einfach mal in die kommentare denn ja ihr wisst das spiel ist für mich auch absolut neu und das angezockt habe ich gemacht und das war es auch ich finde es auf jeden fall sehr interessant wenn mein kanal schon länger kennt er was ich habe auch lange zeit minecraft gespielt auch wenn keiner zu geguckt hat und ja da war es märz ein bisschen jetzt thousand du hast dir das vier vier ich vier 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 Vielen Dank. Stein, okay. Stein brauchen wir ja auch. 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 und dann mal wieder zurück und dann mal wieder zurück gut das ist eisenherz das kommt da rein das ist eisenherz der kommt da rein kohle kohle koks da erstmal noch mit rein und was wollte ich sagen dann sollte man das ganze zusammenfassen und steil produktion wir haben hier koks und wir haben hier kohle aber irgendwie aus dem angezockt habe ich in erinnerung dass das ein problem war wenn die auf zwei verschiedenen höhen waren aber das wäre kein problem diesen bereich tiefer zu setzen ich glaube beim letzten mal ist da hoch gesetzt da wird mächtig koks produziert hier wird langsam hier 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 drin das sieht gut aus im gegenteil aus einem machen wir zehn wärmer hier 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 ist das erste reisen passt doch klappt doch alles sehr schön ja und wieder was eine sehr lange folge schön dass ihr da wart mich würde es freuen wenn man beim nächsten mal wieder mit dabei lasst einen daumen da einen kommentar vergesst es aber nicht bis dann tschüss